Guten Abend. Warum habe ich diesmal Blackout durch Smart Meter als Überschrift genommen? Ganz einfach. Das ging mir nicht aus dem Kopf heraus. Und zwar, wer ihn noch nicht kennt, ich kann Ihnen einen Roman empfehlen. Mark Elsberg hat ihn geschrieben, Blackout. Morgen ist es zu spät. Und die Folgen, nicht bloß für die Zivilgesellschaft, die verheerend sein können, sondern was es mit den Smart Metern auch auf sich haben kann. Der Mann wurde nicht umsonst befragt. Ich lese mal ganz kurz eine der wichtigen Stellen daraus vor, aus diesem Roman. Diese Stromzähler sind im Prinzip kleine Computer. Er ersparte Bondini die Details, denn sie waren in diesem Moment nicht wichtig. Etwa, dass die Zähler zwar Chips, aber aus Kostengründen keine eigenen Festplatten besaßen. Deshalb nennt man sie auch Smart Meter, heißt intelligente Stromzähler. Dank ihnen kann die Stromgesellschaft nicht nur deine Stromverbrauchsdaten auslesen, sondern den Zähler auch fernsteuern. Was sie per Powerline Communication, kurz PLC, bewerkstelligte. Bei dieser Technik wurden über das Stromkabel Daten versandt, was gerade ebenfalls nicht von Belang war. Ich weiß, die können mir auch den Strom abstellen, sagte Bondini. Ja, jetzt sollte man dieses nicht vergessen. Warum haben die diesen Herrn Elsberg eben als Berater auch mit dazu genommen? Ganz einfach. In diesem Roman haben böse Menschen einfach so den Strom aber für ganze Landstriche abgestellt. Also, das heißt, die haben per PLC ein paar Befehle gegeben. Wupp, war überall der Strom weg. Schwupp, haben die Kraftwerke in Anführungsstrichen Schreck bekommen. Da ging alles durcheinander. Und wenn dann alles wieder an war, dann haben sie es wieder gemacht und so weiter und so fort. Und nicht nur das. Also, man kann mit solchen Computern natürlich Blödsinn treiben. Man kann die hacken und, und, und. Solche Gefahren bestehen auch. Die ISTA verwendet zum Beispiel auch kleine Computerchen zum Wärmemengenzählen und kann die auch von außen auslesen. Das ist praktisch. Man muss nicht immer da sein. Der Zählunkel, der sonst früher immer alles abgeschrieben hat, der braucht sich bloß noch vor das Haus zu stellen. Schwupp. Und dann ist gut. Aber der kann damit nicht die Heizung abstellen oder die Wärme, sondern da wird nur gemessen. In diesem Fall, weshalb diese Smart Meter dann auch noch hackbar sein sollen, ist ja natürlich alles nur ein Roman. Ist ja nicht gefährlich. Aber ich erinnere nochmal, der Mann ist nicht blöd und wurde nicht umsonst dafür genommen. Leute, es schadet nicht. Ich habe es wieder als Nachtrag genommen, damit ich keine Werbung auf meinem Kanal mehr kriege von Google, äh, von YouTube. Und sage deswegen, weitermachen, Informationen verteilen. Informationen sind Wissen. Wissen brauchen wir, um das zu kombinieren. Das nennt man Denken. Und deswegen habe ich dieses Video nochmal kurz reingeschoben. Das ist der 107. Nachtrag zu diesem Buch. Na dann. Gut, darum geht es jetzt nicht um das Buch, sondern es geht einfach darum, dass wir uns bestimmter Gefahren auch immer bewusst sind. Durch Wissen. Naja, gut. Also bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ich melde mich wieder, wenn mir irgendwas einfällt, was aus dem Rahmen fällt. Na dann. Also. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.